Am Anfang des neuen Jahrtausends steht eine Nation vor dem Untergang. Bei einer Arbeitslosenquote von 15% sind 10 Millionen Menschen ohne Beschäftigung. 80.000 Schüler verweigern den Schulbesuch. Das verlorene Selbstvertrauen der Erwachsenen macht den Kindern Angst. Deshalb wird ein Gesetz erlassen. Das BR-Gesetz. Das Leben ist ein Spiel. Unsere Nation ist am absoluten Tiefpunkt angekommen. Ich werde euch jetzt erklären, worum es bei dem Spiel geht. Nämlich darum, euch gegenseitig umzubringen. Und es heißt Battle Royale. Aufhören! Es ist vielleicht nicht richtig, aber ich traue keinem von denen. Und merkt euch eins. Ihr müsst mit allen Mitteln darum kämpfen, erwachsen zu werden. Damit ihr es wert seid, am Leben zu bleiben. Ihr sollt nicht schlüstern! Hast du nicht gehört? Tut mir leid. Es verstößt eigentlich gegen die Regeln, wenn ich jemanden töte. Battle Royale Ich stelle jetzt nichts. Ich stelle dich, Kohler geht die Nachbarn und sch türkischitee zu lassen, wie in mir geht's. Die なuzieadia ... ... quoi?